Wie heißt du mit der Jacke noch an? Ich? Ja! Guck mal, wie sie guckt. Ich? Ja? Tanja? Tanja ist schon ein schöner Name, sehr positiv. Guck mal, öh! Wir haben auch eine andere Tanja hier, die ist besoffen im Gegensatz zu dir. Guck mal. Wie geil bist du denn? Tanja, öh! Einfach schon rotzevoller. Tanja, öh! Heißt du wirklich Tanja? Du bist auch wirklich besoffen, oder? Safe! Wie sympathisch will ein Mensch sein? Ja! Um nicht zu sagen Tanja. Sehr schön. Ey, und dann sind wir so durch die Stadt gelaufen, okay? Das war in Hamburg. Und da gibt es so Zooläden, da gibt es so Läden, da kannst du Tiere kaufen. Kennt man das hier in Trier? Gibt es so... Wie nennt man das hier? Zoo. Boah, ich freue mich jetzt schon. In Trier kann man im Zoo Tiere kaufen, ja? Das mache ich. Ich gehe morgen in den Zoo. Schönen guten Tag, der Elefant ist meiner. Komm Benjamin, Töre! Andere Leute so, Tanja? Nein, 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 nein! Nicht wegen Elefanten, nur wegen... Nur wegen guter Laune. Bodyshaming, auf gar keinen Fall. Das war nicht wegen Benjamin... Ach, du machst die Daumen hoch, dann ist alles super. Dann ist alles perfekt. Ey, Tanja. Guck mal her. Ohne Tanja wäre hier gar nicht los, ohne Tanja... Du hast heute wirklich so eine gute Laune gehabt und so viel Spaß gemacht. Du hast geschrien, wie komisch, aber... So schreist du auch immer an der Kasse. Hier? Ja. Du arbeitest an der Kasse und so schreist du auch? Ja, bei Aldi. Bei Aldi? Ja. Hier in Trier? Ja. Bei welchem Aldi? Trier West. Trier West, ah! Trier West, ah! Du machst ein Video, okay, cool. Verdammt, okay. Dann sag mal dem Alexander Hallo. Hallo Alexander, hallo. Ja. Für meinen Sohn. Ist das dein Sohn? Ja. Alexander, du hast wirklich... Sollst du mal anrufen live? Nein, wir rufen den nicht live an. Nein, warum nicht? Einfach nur so. Lieber Alexander, du bist wahrscheinlich... Ist er groß? 1,96. 1,96? Alexander, der Große! Haben die im Kreisland auch schon gesagt? Nimm bitte deine Hand vor mein Bein, dankeschön. So, also, lieber Alexander, deine Mama hat heute hier komplett abgerissen. War es unangenehm? Ja. Aber, es war auch wunderschön. Und sie hatte richtig Spaß. Danke, dass sie heute das machen durfte hier. Ja? Liebe Grüße. Tschüss, Tanja. Du bist am Zittern. Da musst du was trinken. Tschüss, Tanja!